Der erste und wichtigste Schritt ist immer das Auflösen deiner Verlustängste, bei Ex zurück. Was heißt, du hast keine Angst mehr, dein Gegenüber zu verlassen, dein Gegenüber zu verlieren. Das kann man auf zwei Ebenen angehen. Erste Ebene ist die bewusste Entscheidung, was jetzt kommt, was jetzt passiert, der Schmerz da ich, den nehme ich an, der gehe ich jetzt durch und ich ertrage das einfach, bis es weniger wird. So, der zweite Punkt ist, dass du emotional in der Lage bist, da rauszugehen, ohne dass es dir besonders wehtut, ohne dass es dir besonders zu schaffen macht. Das ist der noch bessere Weg. Was ich empfehlen würde, ist nicht Weg 1 zu wählen, sondern zu versuchen, zu Weg 2 zu finden, daran zu arbeiten, dass es dir emotional bewusst leichter fällt, den anderen zu verlieren, die eigene Verlustangst auf diese Weise aufzuarbeiten. Der wichtigste Leitsatz, der mir hier immer geholfen hat, den ich immer wieder sage, lerne dich im Verlust, das ist jede Trennungserfahrung, anzunehmen, zu akzeptieren, glücklich zu sein, damit dein Unterbewusstsein das Signal bekommt, es passiert Verlust, mir geht es aber trotz Verlust gut. Es gibt also keinen Grund mehr, eine Angst vor Verlust aufrechtzuerhalten. Dann lässt auch deine Verlustangst immer mehr nach. Bevor ich jetzt mehr dazu erzähle, ganz wichtig, wenn du Unterstützung brauchst von mir, dann mach unbedingt den Ex-Zurück-Test aus der Videobeschreibung oder schreib mich unter 0162 679 4253 per WhatsApp an, schildere mir deine Situation in einer Audio 3 bis 4 Minuten, schick mir gerne auch Chatverläufe oder Ähnliches, dass ich mir deine Situation etwas genauer anschauen kann und dir weiterhelfen kann, auch zum Thema Verlustangst auflösen und Co. Das erste Mindset von dir sollte sein, dass du versuchst, so glücklich zu sein, wie du nur kannst im Verlust, damit eben das Unterbewusstsein wirklich dieses Signal bekommt, es gibt keinen Grund mehr, hier vor irgendetwas eine Angst zu haben, weil es geht dir gut trotz Verlust. Das ist das erste wichtige Mindset für dich. Das zweite ist der richtige Weg zum Thema Verlustangst auflösen. Ich sehe das immer wieder in meinen Coachings. Du musst auf diesem Pfad Spaß haben, wenn dir Verlustangst auflösen, keinen Spaß bereitet, keine Freude. Wenn es nur ein Zwang ist, ich mache jetzt die Meditationsübung, ich reflektiere jetzt da mal zwei Stunden, ich mache jetzt diese Methode, die ich da gelernt habe und so auf Zwang das immer wieder umsetzen, du musst das irgendwie machen, dann wirst du früher oder später diesen Prozess abbrechen. Verlustangst löst du nur in einem langfristigen Prozess auf. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, du musst in diesem Prozess eine Methodik finden. Das ist ja der Weg, deinen Weg finden, der dir Spaß macht, mit deinen Verlustängsten umzugehen. Das wichtigste Grundprinzip dabei ist immer nur, habe Freude im Verlust. Es ist ganz schwer, das umzusetzen, ohne Frage, aber die Suche danach. Suche nach Dingen, die dir Freude bereiten im Verlust, auf eine Art und Weise, dass du vorgehst, dass du aufstehst und Bock hast, jetzt arbeite ich wieder an meinen Verlustängsten. Das ist ganz entscheidend. Und der nächste Schritt, um auf zwei Ebenen arbeiten. Ebene 1, wirklich im Inneren die Verlustangst lösen. Ebene 2, im Außen die Verlustangst lösen. Wenn du ein großes Verlustangstthema hast, weil du durch die Trennung extrem einsam bist und im Inneren gibst du dir jetzt die Liebe, die du brauchst, trotz Einsamkeit glücklich zu sein. Aber im Außen bleibst du einsam, gehst nicht aktiv auf die Suche nach neuen Freundschaften, neuen Verbindungen und Co., dann wird das nicht funktionieren. Im Außen muss eine Entwicklung passieren und im Inneren. Wenn beides gleichzeitig passiert, dann erst entsteht eine echte Transformation. Wichtig, wenn du da Hilfe brauchst, erscheu dich nicht, mich unter 0162 679 4253 per WhatsApp anzuschreiben. Dann supporte ich dich von dort gerne weiter. Schick mir einfach ein Audio von drei bis sieben Minuten oder mach den Ex-Zurück-Test aus der Videobeschreibung. Der nächste Punkt ist, lerne dich, eine Verlusterfahrung anzunehmen. Aber was musst du denn lernen eigentlich anzunehmen? Das ist dein Schmerzkörper. Daraus ergibt sich auch Folgendes. Du hast irgendwann in der Kindheit Verlust erlebt und das war besonders schmerzhaft gewesen für dich. Das war eine angsterfüllte Erfahrung, eine Verlusterfahrung. Vielleicht akut über einen längeren Zeitraum, je nachdem. Auf jeden Fall ist es dieses Muster. Es passiert Verlust, dieses Muster bricht auf. Du hast in diesem Moment wieder erneut Angst vor Verlust, den anderen zu verlieren. Im Tieferen schützt dich die Angst davor, diesen Schmerz nochmal zu spüren, der hinter all dem steht. Das heißt, wir können erstmal diesen Schmerzkörper ein klein wenig versuchen zuzuordnen. Erste Übung, versuch dir mal vorzustellen, das ist jetzt dein inneres Kind. Versuch dir mal vorzustellen, wie alt ist es. Vielleicht ist es auch jugendlich so. Das kann auch sein. Eine jugendliche Variante von dir, wo du diese Erfahrung gemacht hast. Versuch dir vorzustellen, wie alt ist dieser Schmerz, der dahinter liegt. Es ist ein kleines Kind, das irgendwo in der Ecke sitzt und spielt, mit dem Rücken zu dir steht, das du in der Hand hältst, das auf deinen Armen sitzt, vielleicht eine jugendliche Person und so weiter. Personifiziere diesen Schmerzkörper. So, und im nächsten Moment gibst du in diesem Schmerzkörper ganz viel Liebe rein oder die Leitsätze. Liebesinneres Kind, du brauchst keine Angst mehr haben, den anderen zu verlieren, weil ich bin immer für dich da und mich wirst du nie verlieren, nie. Und das ganz Wichtige ist, du musst es so lange reinsprechen, bis du das, was du sagst, auch fühlst. Wir transformieren immer über das Gefühl. Das ist ganz entscheidend. Wir müssen die Emotionen dahinter spüren. Du kannst nicht vor dem Spiegel stehen und sagen, ich liebe dich, ich liebe dich und es passiert nichts. Das heißt, über das Gefühl in diese Transformation gehen. Wenn du das machst, wirst du merken, du fährst runter, du beruhigst dich. So, warum? Weil dieser Schmerzkörper in dir Liebe braucht, Zuwendung braucht. Und gerade bist du so gepolt, dass nur der Ex, die Ex, dir diese Zuwendung geben kann. Er, sie ist dafür verantwortlich, dass du deine Verlustangst nicht spürst. Es gibt aber keinen Unterschied, von wem am Ende diese Liebe kommt. Vom Ex-Partner, der Ex-Partnerin, von deinen Eltern oder von dir. Jetzt ist das bei dir ganz entscheidend, dass du dir diese Liebe selbst gibst. Das heißt, du bist jetzt für dein inneres Kind da, für den Schmerzkörper und sagst ihm, ich bin für dich da, ich verlasse dich nicht. Bis das Gefühl sich hinter den Worten einstellt. Und wenn du das ins Unterbewusstsein bekommst, wird deine Verlustangst nachlassen. Das ist das Innere. Wie eine Sprache, die du lernst. Du sprichst jedes Wort bewusst, gehst immer bewusst in diesen Prozess, dann sprichst du sie, sie ist unbewusst. Du sprichst sie einfach, ohne drüber nachzudecken. Ohne drüber nachzudecken ist irgendwann dieses beruhigende Gefühl statt dieser Verlustangst in dir. Ist da. Und das ist das, was im Inneren passieren muss. Wenn du das wirklich regelmäßig machst, wirst du merken, es verbessert sich. Wichtig, der Prozess ist eigentlich noch sehr viel komplexer. Da kann man noch so viel mehr coachen und den Menschen beibringen. Wenn du da Hilfe brauchst, schreib mich unter 0162 679 4253 per WhatsApp an. Da kann ich dir richtig, richtig viel weitere Inputs dazu mitgeben. Es ist immer super individuell. Mach auch gerne den Ex-Zurück-Test. Da kann ich dir auch nochmal weiterhelfen. Einfach in der Videobeschreibung anklicken, ausfüllen. Genau. Jetzt der nächste ganz wichtige Punkt. Was wir jetzt beschrieben haben, sind alles Dinge, die im Inneren passieren. Es ist aber noch wichtig, dass auch Dinge im Außen passieren. Wovor hast du denn im Außen Angst, was zu verlieren, wenn du diesen Menschen verlierst? Was sind das für Sachen? Schreib das mal ganz einfach auf. Im Außen. Nicht so was ich, so Gemeinsamkeit oder sowas wie ich fühle Geborgenheit oder sowas. Das sind alles innere Werte. So was ist im Außen so? Wir sind auf die tollsten Partys gegangen zum Beispiel. Wir hatten eine extrem gute gemeinsame Zeit. Was auch immer da hochkommt, was es ist. Diese Dinge alle aufschreiben, dir dieser Dinge alle bewusst werden und diese Dinge im Außen transformieren. Wenn du das schaffst, im Inneren die Transformation umzusetzen und im Außen, dann wirst du auch merken, dass Stück für Stück deine Verlustangst weniger wird, dass sie nachlässt und dass es dir immer besser geht. Und das ist für alles Weitere zwischen euch beiden, für den gesamten weiteren Prozess, der passiert, ganz, ganz wichtig. Genau. Liebe dich in der Verlusterfahrung, was du zum Beispiel mit so einer Übung machen kannst, was nur eine von ganz vielen Methodiken ist. Lebe das Leben, wie du es noch nie gelebt hast in deiner Verlusterfahrung. Sei so glücklich, wie du noch nie gewesen bist in deinem ganzen Leben. Verwöhne dich, kümmere dich so gut, wie du noch kannst, mehr als du es je hattest in diesem Leben. Was dir sehr helfen kann, stell dir einfach mal vor, dass du jetzt die Liebe bist, die du verloren hast. Und so wie du dich jetzt um diese Liebe kümmern würdest, so kümmerst du dich jetzt von Anfang an um dich. Mit ganz vielen Kleinigkeiten, mit dieser ganzen Aufmerksamkeit, voll für dich da sein. Besser noch für dein inneres Kind. Stell dir einfach vor, es ist die ganze Zeit um dich herum, visualisier es richtig. Und jetzt verbringst du mit dem kleinen Knirps oder der Kleinen jetzt ganz viel Zeit zusammen. Ihr beide macht das alles, ihr werdet ein richtiges Team. Du wirst von den Menschen da draußen immer wieder enttäuscht werden. So, das gehört zum Leben dazu. Es gibt nur eine Person, die dich nie enttäuschen wird. Und das ist dein inneres Kind. Du wirst es nie enttäuschen, es wird dich auch nie enttäuschen. So, und wenn du das schaffst, diese Verbindung zu stärken, herzustellen, wachsen zu lassen, verspreche ich dir, wird es auf dein Beziehungsleben, auf Rückeroberung und Co. einen extrem positiven Einfluss nehmen. Genau, wenn du da Hilfe brauchst, schreib mich unter 0162679 4253 per WhatsApp an. Dann helfe ich dir gerne weiter oder einfach eine SMS schreiben, je nachdem, wie du möchtest. Gerne auch das Formular von Video Ask hier unten ausfüllen, den Ex-Zurück-Test dort machen. Da bekommst du auch sehr viel Inputs und sehr viel Hilfe von meiner Seite. Und unabhängig davon, lass mir gerne ein Abo da, ein Like. Wenn du Fragen hast, nutze die Kommentarfunktion und bis zum nächsten Video.